Die CTIA Wireless 2011 Das ist auch der Mobile World Congress in Barcelona, der Mitte Februar war. Hier werden wieder einige neue Sachen vorgestellt. Vielleicht jetzt nicht so viel Neues, aber wenn ihr die News of New Gadgets die ganze Zeit verfolgt habt, dann wisst ihr, dass vielleicht ein 8,9 Zoll Tablet vorgestellt wird von Samsung. Das ist dann am 22. Werde ich auf jeden Fall dabei sein. Dann wird Sprint noch vielleicht ein paar neue HTC Handys vorstellen. Vielleicht auch ein Tablet, aber dazu hatten wir ja schon mal eine News. Ich bin mal gespannt, was es alles dort zu sehen gibt. Wir haben auch einige Termine mit Softwareherstellern. Mal sehen, was die so zu zeigen haben für den mobilen Bereich. Und ansonsten, ja, was gibt es hier über Florida zu erzählen? Wetter ist eigentlich ganz okay. Sehr heiß, ich will es jetzt schon. Es ist gerade mal 9 Uhr morgens. Abonniert auf jeden Fall meinen YouTube-Channel und besucht meine Website newgadgets.de für die neuesten News aus diesen Tagen hier aus Orlando. Was alles vorgestellt wird, das erfahrt ihr alles auf meiner Seite. Bis dann. Ciao. Ciao.